So, es ist jetzt kurz nach neun, glaube ich. Ich bin heute extra früh zur Uni gefahren, damit ich jetzt noch mal in die Unterlagen reingucken kann. Ich schreibe ja gleich eine Klausur und bin ja super vorbereitet. Hilfe! So, die Klausur ist überstanden. Ich sitze jetzt wieder im Auto und fahre nach Hause. Ja, ging so. Also, die ersten paar Seiten waren echt furchtbar und ich habe gedacht, ich gehe gleich wieder so ab und streche alles durch und versuche es ein andermal nochmal. Aber dann ging es. Also, irgendwann kam dann so eine Frage, da hatte ich dann so ein Aha-Erlebnis und dachte, ja, das weiß ich. Und dann ging es mit den anderen Fragen auch relativ gut. Bei vielen war ich unsicher, da habe ich irgendwas, ja, was heißt hier erfunden, aber ich habe halt irgendwas hingeschrieben, in der Hoffnung, dass es nicht ganz falsch ist. Und ich habe so ein mittelmäßiges Gefühl. Ich glaube, so richtig, richtig gut ist es nicht geworden, aber das wäre auch echt zu viel verlangt für das bisschen Aufwand, was ich betrieben habe. Ich gehe aber davon aus, dass ich bestanden habe. Ich halte euch auf den Laufenden. Ich halte euch das an. Vielen Dank.